Herzlich Willkommen bei Plan C. Heute mal wieder ein kleines Keller Video. Ihr merkt vielleicht schon an meiner Stimme, die ist ein bisschen belegt, ich bin ziemlich erkältet und das Wetter draußen ist auch nicht so, da will ich es nicht unbedingt drauf anlegen. Ich habe mal wieder ganz viele Sachen. Erstmal vorab. Erstmal ganz vielen Dank an den Shop Military Basics. Wir haben mit Military Basics, also Plan C hat mit Military Basics so ein kleines Abkommen geschlossen und wir können deshalb die nächste Zeit immer mal wieder so Sachen präsentieren. Also Militärausrüstung vor allem, aber nicht nur, es gibt auch andere Sachen da. Der Shop ist unten verlinkt. Also sowieso schon seit längerem, ihr werdet es wahrscheinlich gemerkt haben, mein absoluter Lieblingsshop und da möchte ich euch heute mal so ein paar kleine Sachen draus vorstellen oder zumindest erstmal eine Sache. Und zwar geht es heute ganz einfach, ganz einfaches Ding einfach um diese Flasche. Das ist die niederländische Trinkflasche vom Militär. Das ist hinten mit Mohl, das ist ein ganz einfaches Ding. Aber die ist richtig geil, finde ich, weil die hat so ein paar Sachen, die zeige ich euch jetzt, die sind richtig cool. Und das Ding kostet Freunde, ihr haltet den Schlüpfer fest, 7 Euro, ich habe es mir aufgeschrieben, 7,99 Euro. So wie sie hier ist. Ist natürlich noch ein Becher mit dabei, ein richtig guter Edelsteinbecher. Ja, wir haben hier so einmal diese Flaschenverpackung hier sozusagen, also die Tasche. Ist einmal die Flasche drin. Normalerweise geht das besser raus, viel einfacher raus. Aber ich habe mir erlaubt, das noch ein bisschen aufzutunen und deswegen geht es ein bisschen schlechter. Wenn ihr ohne das macht, dann geht die ganz einfach raus hier. Jetzt geht es ein bisschen schlechter, weil ich nämlich unten das Ding noch dran habe hier. Und zwar dieses Teil, das kennt ihr, kann man eins entkaufen. Dann habt ihr hier den geilen Becher dran und der ist richtig gut. Also ist auch schon in Gebrauch gewesen, wie man sieht. Und der ist richtig schön dick und richtig schön fest. Ich habe es jetzt einmal mal probiert, ob es zusammenpasst. Ich weiß nicht, ob ich es nehmen werde, weil ich habe ja für meinen Trang ja auch noch so ein anderes Teil. Das zeige ich euch gleich. Der Trang, der passt übrigens genau hier drunter. Habt ihr das seht? Also den kann man schön hier draufpacken. Und schon das schönes Kochsystem zusammen. Ja, die Tasche hat einen Mohler. Also richtig schön. Ist nicht allzu besonders groß. Die könnte ein bisschen größer sein, weil dann würde das Ding auch besser draufpassen. Aber man muss es ja nicht mit dem Ding nehmen. Ich wollte es jetzt nochmal ausprobieren. So, der Becher allgemein, seht ihr, passt ganz locker rein. Und geht auch locker wieder raus. Das war jetzt nur wegen den anderen Teilen. So, dann habe ich mir noch einen Deckel dazu gegönnt. Den gibt es auch für, ich glaube, 4,99 Euro oder so. Der passt hier genau drauf. Das ist dieser von den, man sagt schon, von den Amis. Passt hier nicht 100% ich sehe ich gerade. Es ist ein ganz klein bisschen eine andere Form. Aber wirklich minimal. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Hier ist es ein bisschen offen hier so. Aber man hat auf jeden Fall einen Deckel. Und das bringt schon eine ganze Ecke. Wie gesagt, für ganz kleines Geld. Aber auch ohne Deckel. Der Becher hier ist richtig gut. Und die Flasche hat, ich glaube, 0,8 Liter oder so. Es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Plastik. Es riecht auch nichts nach Plastik hier. Hat einen schönen großen Verschluss hier oben. Also lässt sich auch richtig schön zuschrauben. Ja, das war es schon. Kleiner Quick-Tipp. Dieses beides hier, wie gesagt, für 7,99 Euro bei Militäre Basic. Ist alles nochmal unten drunter verlinkt. Ich finde es ein richtig geiles Angebot. Ich liebe diese Flasche. Die ist richtig schön. Einfach und gut. Und für das Geld mit Mole kann man immer schnell mal am Rucksack packen. Ast rein. Ja, das sollte schon gewesen sein. Ein kleiner Quick-Tipp sozusagen. Diese niederländische Trinkflasche. Oh, ich habe einen Rotzweg. Das gibt es gar nicht. Geht gleich weiter. Niederländische Trinkflasche. Die Flasche selber und auch der Shop ist unten drunter nochmal verlinkt. Ihr geht in den Wald. Werdet bessere Menschen. Passt auf euch auf. Man sieht sich.